KANAKO FUJISHIMA KANAKO FUJISHIMA KANAKO FUJISHIMA Das einzige schöne Wesen, das es auf dieser Welt gibt. Warum sollte KANAKO? Sie ist schon seit ein paar Tagen nicht mehr nach Hause gekommen. Ich suche sie. In dem Alter alles zu verlieren. Die Arbeit, die Familie. Irgendeine Idee, wo sie sein könnte? Sie war sehr ernst und sehr klug. KANAKO war ein guter Kumpel. KANAKO heißt sie, richtig? Steckt ihre Tochter in Schwierigkeiten? Sie hat die Schule geschwinzt. Hat abgenommen. Wissen sie eigentlich irgendwas über sie? Du hast also keine Ahnung, was deine Tochter so treibt, ja?